Wo willst du hin? Wollte schon sagen. So, ab in das Portal. Und fang dann hier zu arbeiten, verdammt nochmal. Genau, wusch, wusch, wusch. Ja, demolier, demolier, demolier. So, ich mache wieder normale Geschwindigkeit. Wollen ja nicht zu extrem hier rumhacken. Und gucken wir mal, was die Forschung so sagt. Wir können Feuerpfeile plus zwei Schaden. Ah, Stuhl bräuchten wir Planken für. Für Planken brauchen wir wieder Holz. Wir haben 63 Holz. Krass. Das war eine sehr interessante Holzfällaktion. Aber die Planken müssen erst gesägt werden. Und in zwei Minuten kommt der Angriff. Also, ganz schnell Rüstung bauen. Und Helme bauen vor allem. So, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Hier. Rüstung. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Rüstungen bauen. Weil wir vielleicht ein Level-Up haben müssten. So, du hast schon ein Helm. Du brauchst eine Rüstung. Oh, Erfahrungspunkte. Du hast alles an Werkzeug. Du hast keine Pickaxe. Wir haben aber auch keine. Eine Rüstung, ein Helm. Eine Rüstung, ein Helm. Ein Helm, eine Rüstung und fertig. Noch ganz wenig Erfahrungspunkte. Schnell irgendwas craften. Zaun. Ja. Was machst du? Oh. Verlangsam den Gegner ein wenig. Okay. Zaun. Bauen. Da. Ein Picket-Vans. Und das Efeu. Das sollte weg, weg, weg. Du machst die Planken. Das ist gut. Was noch, was noch, was noch? Nichts. Ich warte jetzt erstmal, dass die Wellen abgekommen werden. Wobei ich letztes Mal, als wir die Wellen bekommen haben, nicht drauf geachtet habe, ob es nachts war. Und ob die Gegner dann am Tag verschwinden. Oh, und das muss weg und das muss weg. Not found. Not found ist nicht gut. So. Aber darauf kann eh kein Efeu wachsen. So. Wöbel 6. Ein neuer Zwerg und ein Carpenterbuch. Fließen. So. Unser Magier wird auch nochmal Carpenter. Und unser... Was? Achso, jetzt haben wir erst den sechsten Zwerg. Genau. Du... Helm. Rüstung. Rüstung. Keule und kein anderes Werkzeug. Das müssen wir ändern. Äh, was ist das, 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 das? Ich glaube, wir brauchen auch noch drei Stück. Und Äxte auch. Auch wenn wir nur zwei bauen können, weil wir keinen Stein mehr haben. Eins, zwei. Und dank Level Up haben wir endlich wieder Mana. Also... Äh, das können wir noch abbauen. Und das alles einsammeln. Und morgen... Gucken wir mal, ob wir noch leben oder nicht. So. Ich würde gerne jetzt alle Zwerge zu Hause haben. Do select wolf. Attack control. Geh mal einfach hier runter und mach da irgendwas. Nein, nicht dick. Tür schließen. To teleport. Take control. Was machst du da? Ach so, sie können jetzt hier raus... Äh. Okay. Ach, die Tür einfach wieder auf. Und ich gebe ihnen hier unten Aufträge. Macht das mal bitte alles weg. Müssten sehr beschäftigt sein. Wo kommst du her? Die Aufträge müssen weg. So. Wo willst du hin? Collecting resources. Nein. Du. Nein. Du. Nein. Also. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Zwerge. Das sind alle, die wir haben. Wenn die alle drin sind, können wir die Tür so machen. Da kommen die Untoten. Und wow. Mein Beholder. Okay. Du. Select wolf. Take control. Release. Tür schließen. Und das beste hoffen. So. Und das muss noch weg. Das muss weg. Und. Boah. Hier mal wieder. Dört, wenn ihr hinten drin etwas zu tun habt. So. Sklätter sind durch die erste Wand gleich durch. Hopps. Beholder. Quatscht mit den Goblins. Aber macht nichts. Ein Fischerbuch. Das wird mir jetzt nicht so helfen. Und wie bist du da rausgekommen? Achso. Du bist da rüber gegangen. Du willst schon wieder Ressourcen einsammeln. Was für Ressourcen? Verdammt. Achso. Die da hinten. Ja. Komm. Take control. Okay. Wieder nach oben. Will er nicht. Ja. Dann mach halt so. Stirb. Ist mir doch egal. Du war Zwerg. Da unten ist Gold. Ich weiß nicht, wie viel Gold wir brauchen. Dann macht hier mal ein bisschen was kaputt. Da kommt er nicht ran. Okay. So. Sklätter kommen durch die zweite Wand. Aber es müsste auch gleich Tag werden. So. Du portest dich da hinten. Hallo. Guck. Kommt ihr denn her? Sind denn noch... Ah. Da sind noch drei Stück gewesen. Okay. Die müssen gleich auch noch weg. Oder bei Zeiten jedenfalls. Du. 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 Low health. Take control. Weg hier. So. Release. Du gehst schlafen. Richtig? Ja. Gut. Sehr gut. Hier wird nur noch eingesammelt. Ja. So. Sklätter sind durch die zweite Wand durch. Komm schon morgen. Grauen. Jetzt wäre ein ganz guter Zeitpunkt. Du kannst weg. Du kannst weg. So. Ah. Die Sonne kommt raus. Sehr schön. Mal gucken, was mit dem Portal und dem Behol da passiert, wenn die Sonne kommt. Die Sklätter sterben hoffentlich alle. Sterben hoffentlich. Jetzt alle, weil die Sonne da ist. Jo. Aber er bleibt hier. Nie so schön. Aber okay. Wieder eine Nacht überlebt. Öffnen. Kaputthauen. Was brauchen wir als nächstes? Äh. Stühle anscheinend. Da. 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 Planken. Stuhl gebaut. Stuhl. Muss erst noch hergestellt werden. Okay. Craft Tree. Ich brauche richtig gute Waffen, um endlich da bestehen zu können. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Magic Light. Ah. Info. Macht Licht. Ja. Sehr. Toll. Ach. Das müssen wir einmal zauberen. Das müssen wir einmal zaubern oder wie? Anscheinend. Danach können wir Glas bauen. Anderes Glas. Das will ich alles gar nicht. Ich will hier hinten töten. Fire Arrows brauchen wir. Federn für. Federkriebe von Hühnern. Beware Sign. Knochen. Oh. Knochen. Holz. 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 Sehr schön. Das kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Wo ist das gute Ding? Da. Zwei Beware Signs. Ein Beware Sign. Stein. Neue Steinmauern. Hier und hier. Pidstone. Was noch? Was ist das für eine komische Brücke? Und ihr könnt ruhig ein Portal nehmen, Jungs. Release. Oh. Da ist ein Hühnchen. Hühnchen muss sterben. Mit einem Portal. So. Wir brauchen Steine. Wir brauchen verdammt viele Steine. Also wir müssen uns wieder hinter die Goblins teleportieren. Das will ich aber nicht. Das geht nicht gut. Aber hier sind nirgendwo Steine. Oh. Wir müssen uns hierhin teleportieren. die drei kaputt machen. Nicht Wildschwein. Dick. Dick. So. Viel, viel, viel zu tun. Und der schnarcht immer noch. Okay. Und so viel besser scheinen die Betten auch nicht zu sein. Das dauert trotzdem ewig. Na gut. So. Bring den Stuhl dahin, damit wir ihn platzieren können. Sign ist da. Ein Stein da bitte hin. Und schon steht unsere Mauer wieder. Und das Portal ist weg. Oh. Sehr schön. Man muss sie nicht töten. Man muss sie einfach nur überleben. Sehr, sehr gut. Also ja. Dank unseres Neustarts haben wir jetzt die erste Welle erfolgreich überlebt. Auch wenn es krass war. Und jetzt kommen wir hoffentlich voran. Andere Tags. Wieder fake. Ja. Ja. Oh. Du kannst Zugang zu dem komischen Schatten-Ding da hinten. Aha. Ich mach euch mal ein Portal hier hin. Ja. Du. Mach mal das weg. Das weg. Und das da ist weg. Und tötet das Schatten-Ding, weil wir wissen, dass sie schwach sind. Das muss auch noch weg. So. Was haben wir noch? Das Portal ist weg. Das ist okay. Das Portal ist noch da, weil das Hündchen dann noch sterben muss. Was hoffentlich bald einer macht. Und das muss auch noch gemacht werden. Jo. Aber ich denke, es ist langsam mal eine Zeit für einen Cut. Und wir sehen uns gleich wieder. Ja. Ja.